Naja, ich mache das Video jetzt nochmal so, das geht besser, weil wir zu viele Versuche gemacht hatten, das wäre zu vermischt geworden. Elektromagnetische Induktion ist das Thema. Elektromagnetische Induktion, wir müssen erst anfangen mit Magneten. Es gibt Dauermagneten und Elektromagneten. Ich fange mal mit dem Dauermagnet an und unser Versuch war ja, ich hatte es auf einen Tageslichtprojektor gelegt, dieses Magnetstückchen. Und dieser Magnet hier, der lag da so, dass man einfach seinen Schatten gesehen hat. Und dann habe ich Eisenpfeilspäne genommen. Also wenn man Eisen pfeilt, dann entstehen Späne. Und diese Späne, die habe ich da auf diese Fläche des Tageslichtprojektors drauf getan, habe noch ein bisschen geklopft. Und dann hat man gesehen, dass sich hier an den Polen des Magneten, dass sich da ganz viele Eisenpfeilspäne gesammelt haben. Und das durch weiteres Klopfen. Also ich habe die Platte erschüttert, dass sich dann die anderen Eisenpfeilspäne außenrum tatsächlich in Linien ausgerichtet haben. Dazu sagt man Feldlinien. Und Feldlinien in diesem Fall sind Orte gleicher Stärke des Magnetfeldes. Also wenn die hier ganz dünn sind, ist das Magnetfeld hier nicht so stark. Das weiß man auch und man sieht es auch. Hier wurden ganz viele Eisenpfeilspäne angezogen. Und man weiß auch, dass man Magneten an diesen Stellen aneinander irgendwie haften lassen kann. Oder an Eisen haften lassen kann. Beziehungsweise auf der anderen Seite des Poles. Das ist schon ein Indiz dafür, dass also hier die Feldstärke des Magneten größer ist als hier außenrum. Das gleiche hatten wir gemacht mit einem Draht. Ich hatte ein Draht genommen, habe da einen relativ hohen Strom durchgeschickt. Ich habe den Draht jetzt mal extra so in braun, also ein bisschen kupferfarben braun gemalt. Und was ist passiert? Es hatte sich die Magnetnadel bewegt. Das ist ein Indiz dafür, dass hier tatsächlich durch diesen stromdurchflossenen Draht ein Magnetfeld erzeugt wurde. Und unsere Magnetnadel ist ja sehr empfindlich auf einer Spitze gelagert. Die konnte sich dann entsprechend ausrichten. Was ich leider nicht durchführen konnte, weil es auch zu unmöglich mit dem Tageslichtprojektor gewesen wäre. Wenn ich den Draht jetzt senkrecht gehalten hätte und durch die Tageslichtprojektorplatte hindurchschieben gekonnt hätte, dann hätten die Eisenfeilspäne um den Draht herum auch solche Linien gleicher Feldstärke erzeugt. Also man sieht, das geht überall. Immer wenn Strom fließt, entsteht auch ein Magnetfeld. Die Ursache beim Dauermagneten, dass da ein ständig vorhandenes, also dauernd vorhandenes Magnetfeld da ist, liegt eigentlich, jetzt müssen wir wirklich in die kleinsten Teile, also in die Atome reingehen, liegt an einem sogenannten Spin. Spin heißt also Drehung. Elektronen bewegen sich und Elektronen, wenn sie sich bewegen, erzeugen sie Magnetfelder. Und das alles im Mikroskopischen. Und, wenn ich jetzt hier mal eine Lupe drauf lege, habe ich in dem Inneren solcher Dauermagnete, also hier wäre jetzt unser Lupenbild, lauter kleine Magnetchen in eine Richtung ausgerichtet. Das kann man zerstören, indem man entweder mit großen Kräften darauf schlägt, beziehungsweise indem man den Magneten zu sehr erhitzt. Dann werden diese Dinger wieder homogener und verteilen ihre einzelnen Magnetpolungen, sodass dann kein Dauermagnet mehr da ist. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Nehmen wir den Faden nochmal auf. Das heißt, diese mini ausgerichteten kleinen Dauermagneten, die würden sich dann also komplett wieder, man nennt das auch entmagnetisieren, da würde das Bild dann so aussehen, da hätte einer in die, der andere in die, der nächste in sonst welche Richtung geguckt und in alle Richtungen geguckt. Im Mikroskopischen dann wieder vergrößert, bedeutet, dass der Dauermagnet entmagnetisiert wird, obwohl kleine Mini-Dauermagneten da sind. Wie gesagt, das liegt aber immer daran, dass innen drin diese rasenden Elektronen Mini-Magnetfelder erzeugen. Möchte ich aber jetzt nicht weiter darauf eingehen, unser Thema ist ja elektromagnetische Induktion. Was das heißt, sage ich gleich. Noch was, einen Elektromagneten. Hier habe ich einen ganz einfachen geradlinischen Leiter gehabt und konnte nachweisen, dass Magnetfelder da sind, wenn Strom durchfließt. Und wenn ich jetzt sage, naja, ich nehme diesen Leiter mal und wickele den auf, dann konnte ich auch mit dem Tageslichtprojektor, da habe ich es gezeigt, kann ich auch nachweisen, dass die Eisenpfeilspäne das gleiche Bild bieten, wie hier oben bei unserem Dauermagneten. Wir haben dann folgenden Versuch gemacht.